Hallo, mein Lieben, willkommen zu neuen Kaufland-Foto. Heute haben wir circa, glaube ich, über 100 Euro ausgeben, denn wir haben noch einen Grill gekauft. Wir haben einmal Toilettenpapier gekauft, das XXL-Pack, einmal Tomaten für Salat, einmal Bananen, die möchte ich gern für zwischendurch oder wenn die Kinder wollen, eine Windeln-Paprika für den Nudelsalat, dann gab es einmal Always, die gab es für 1,71, also 30% günstiger, dann einmal Vollkorn-Toast, ein normal, dann habe ich mir eine himmlisch feine Erdbeeren- und Johannisbeeren-Marmelade mitgenommen, die ist ohne Stücke und das ist die günstige vom Kaufland. Dann gab es Grießprotein im Angebot, Vanille, feine Leberwurst für die Kinder, die stehen voll drauf, dann haben wir hier Anzündwürfel, ich glaube zweimal, ja, da ist ein Semmel drin von der Emila, zweimal Salamistangen-Active, ein Holz- und Basteleim, darf ich mal, einmal Emmentaler und nochmal ein Emmentaler in Scheiben, viermal Katzenfutter, dann Grillholzkohl, drei Kilo für den Grill und hier nochmal ein Grillgebläse, kenne ich gar nicht, ich bin ja nicht so der Griller, dann wieder Reis, ich mag ja dann den Langkornreis und Wildreis und der Marco mag den normalen Langkornreis, so, genau, einmal Milchschnitte, einmal feurige Körpersalami, die esse ich nicht, das ist mir so scharf, einmal Barilla, Fossilie für den Nudelsalat, zweimal Kochschinken, denn ich möchte Eiernudeln machen mit Schinken drin, Toffee-Fee gab es im Angebot, dann Müllbeutel oder Müllsäcke, einmal Parmesan für, ich möchte nämlich selber Spaghetti Carbonara machen, also frisch, eine Gurke für den Salat, einmal zum Grillen, nein, das ist kein Weißwurst, Bratwurst, Salat für den Salat und Essigurken für den Nudelsalat, zweimal eine Bayonaise, für ihn also Barbecue-Soße, die mag ich gar nicht, dann hat er sich hier Exquise, der mit Limon, Limonade oder so, Limone müsste sein, für 1,25 statt 1,70, Röstzwiebeln hat er sich mitgenommen, dann habe ich mir dreimal Frupp-Ebbere mitgenommen, der müsste eigentlich nur einer rumstehen mit, ich weiß gar nicht, mit Orange oder so, viermal Kukwak-Ebbere, dann hat er sich noch, hat er sich Cabanossi mitgenommen mit Käse, mag ich auch nicht so, Salami, Kochschinken, Rochschinkenwürfel für die Spaghetti Carbonara, einmal Grillfleisch, da haben wir das da mitgenommen und Marco hat sich noch das mitgenommen, das werde ich auch mal probieren, ich auch, ja, Moment, zweimal Pepsi Light, das gehört nicht mehr dazu, das habe ich letzte Woche gekauft, zweimal Pepsi Light, so, da habe ich einmal Salat-Eissel mitgenommen, einmal so eine Wurst-Salat, der gab es für 79 Cent, denn ich muss immer kleine Portionen essen und wenn es mal schnell gehen muss, ja, wenn es mal schnell gehen muss, dann esse ich sowas Kleines gerne, Fisch-Tippchen habe ich mitgenommen und zweimal Rafioli, Bolognese, die von Kaufleit, Ups, genau, und dann habe ich noch, oder wir haben noch einen Grill gekauft, die weiß ich jetzt gar nicht, der ist so groß, 66 x 48 und dreimal Wasser, meine Katze will es auch drauf sein, ja, meine Lieben, das war der Vorteil und sehen wir uns nächste Woche, Tschüss!